So, hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier heute zur nächsten Handelssession und ich befinde mich schon wieder mitten in einem Trade im EuroCut und ich werde dir jetzt zeigen, wie ich es schaffe mit binären Optionen innerhalb von 5 Minuten 250 Euro zu verdienen. Meine Position ist hier eröffnet, wir sehen es, 300 Dollar sind im Markt, ich habe mich positioniert und zwar in der Nähe des 23 Sechster Retrade Tracements auf einen fallenden Kurs, aber Initialzündung für meinen Trade war diese markante Widerstandslinie aus dem 5 Minuten Timeframe. Denn wir sehen hier, hier hat er immer wieder Berührungen in der Vergangenheit gehabt und deshalb war das für mich klar, auch hier nochmal, dass wenn wir hier oben einmal kurz anditschen, dass er dann sofort Verkäufer auslöst und das war auch hier dann tatsächlich der Fall. Der Kurs ist bereits wunderschön in unsere Richtung gelaufen, er wird auch bald auslaufen in, ja, round about 2 Minuten und ich habe mich darauf verlassen, oder ich denke, dass der Kurs auf jeden Fall fällt, weil wir auch Wirtschaftsnachrichten hatten, die meine These hier quasi stützen und zwar ist die Industrieproduktion hier, ja, in der Eurozone schlechter ausgefallen als erwartet. Und das sollte den Europaren dann doch, ja, den Weg nach unten bahnen und, ja, darüber hinaus war zumindest die RSI im überkauften Bereich, also hier oben schön über der gestrichelten 80er Linie. Und wenn du von Beginn an dein Trading auf Erfolg trimmen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dranbleiben, denn ich werde dir heute, ja, etwas an die Hand geben, mit dem du es schaffen kannst, tatsächlich profitabel von Minute 1 an zu traden. Und deshalb bleibt dran und wir warten jetzt noch kurz, bis der Trade ausläuft und dann werde ich euch einen Blick in unseren Intensivlehrgang gewähren, denn da gab es in der Vergangenheit immer wieder einige Fragen, die aufgekommen sind, ja, was habe ich denn von dem Kurs und was erwartet mich etc. pp. Und ist es überhaupt sein Geld wert? Und auf diese Fragen möchte ich gerne in diesem Video eingehen. Ihr seht es wahrscheinlich jetzt schon anhand dieser Demonstration. Es funktioniert, Charttechnik funktioniert. Man muss sie halt wirklich, ja, anzuwenden wissen und unserer Intensivlehrgang wird dir dabei helfen, hier richtig den Markt interpretieren zu können. Und jetzt warte ich einfach noch kurz, bis der Trade ausgelaufen ist und pausiere es. Ah, ne, der müsste jetzt eigentlich gleich rausgehen. Das können wir uns auch noch kurz angucken, die letzten paar Sekunden. Ah, schaut euch das an. Wunderbar entwickelt. In dem Moment läuft er aus. Ist hier wirklich Lupen rein an meinem eingezeichneten Level abgeprallt. Wunderschöner Trade. Und damit haben wir die 16.000 Dollar Marke hier geknackt. Drei Win Trades, wir sehen es. Okay, so, dann wollen wir uns jetzt mal ein bisschen den Intensivlehrgang angucken. Ich pausiere noch einmal ganz kurz das Video und bin gleich wieder da. So, dann wollen wir uns das gute Stück doch mal anschauen. Und, also, äh, letztendlich möchte ich noch mal kurz auf die Idee eingehen, warum dieser Kurs überhaupt entstanden ist. Und es war einfach so, dass nämlich zahlreiche Fragen erreicht haben. Ja, Chris, kannst du nicht mal mit mir traden? Mach doch mal ein privates Coaching, etc. Und daraufhin ist quasi die Idee entstanden, wie können wir es schaffen, unser Wissen der breiten Masse zugänglich zu machen. Und dann haben wir die besten Binäre Optionen-Trader Deutschlands zusammengesucht und auch aus Österreich den David Knieweiner ins Boot geholt, um diesen einmaligen Intensivlehrgang letztendlich ins Leben zu rufen. Und, äh, ihr seht jetzt hier quasi die Login-Maske. Wenn ihr den Kurs erworben habt, äh, kommt ihr quasi auf diese Seite und könnt ihr euch hier mit eurem Benutzernamen einloggen. Ich bin jetzt hier in dem Fall natürlich schon eingeloggt. Und dann lassen wir uns doch jetzt einfach mal einen kleinen, äh, Einblick hinter die Kulissen hier, ähm, machen. So, wenn wir den Lehrgang starten, kommen wir hier also in diesen, äh, internen Mitgliederbereich und dann sehen wir hier direkt von Lektion 1 bis Lektion 11 ist das hier wunderbar strukturiert. Ähm, ich würde auch definitiv empfehlen, von Beginn an den Kurs einmal durchzuarbeiten, denn er baut aufeinander auf und letztendlich landen wir dann nachher im, äh, perfekten Trade. Und ein ganz, ganz groß USP, was uns unterscheidet von anderen, ähm, äh, Anbietern ist erstens das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihr werdet nirgendswo so eine geballte Ladung an Fachwissen bekommen, wie ihr hier in diesem, ähm, Lehrgang bekommt. Wir können ja mal in eine Rubrik ganz kurz reinschauen, äh, schauen, hier Widerstände und Unterstützung. Da ist wirklich dann das komplette Video, zeigt euch bis ins kleinste Detail, auf was ihr da achten müsst beim Einzeichnen von Widerstands- und Unterstützungslinien. Also ihr merkt, es ist auch, äh, wirklich absolut Anfänger-kompatibel und auch in erster Linie dafür gedacht, aber auch für Fortgeschrittene, die werden hier sicherlich auch noch was lernen. So, ein, äh, weiterer ganz wesentlicher Punkt ist doch mal die Tatsache, dass es hier in die Praxis geht. Und, ähm, während, ähm, man euch quasi versucht, etwas beizubringen, werden hier echt, echte Live-Trades abgesetzt, während der Schulungsaufzeichnung. Und, ähm, das ist schon mal auch wieder so ein USP, den wirst du in keinem anderen Kurs finden. Und wenn du ihn findest, dann schreib es mir mal bitte in die Kommentare, dass, äh, während man euch etwas versucht beizubringen, ähm, die, die Gunst der Stunde nutzt, um direkt einen Live-Trade abzusetzen. Äh, weil sich halt gerade was am Markt ergeben hat. Nein, sowas, sowas werdet ihr nicht finden, das ist einfach so. Und, ähm, dann gibt's in fast jeder Lektion gibt es auch Checklisten, können wir mal einmal kurz reinschnuppern. Hier, kostenlose Einblicke, äh, auf was ihr letztendlich achten müsst. Und, ähm, ja, wie gesagt, also eine vergleichbare charttechnische Trading-Ausbildung kostet auf dem freien Markt mal ganz schnell locker 2.000 Euro. Und ihr bekommt hier ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, ähm, das, äh, wie gesagt, ist auch einfach, äh, ja, wir haben uns gedacht, äh, wir wollen Charttechnik so erklären, dass jeder sie verstehen kann. Und auch auf andere Finanzprodukte das Ganze anzuwenden weißt. Also es ist auf keinen Fall so, dass du nur binäre Optionen mit diesen, mit diesen Charttechnischen, äh, Grundlagen, die wir dir hier vermitteln, traden kannst. Nein, du kannst sogar Aktien damit handeln. Du kannst, ähm, Einstiege in einen Chart, nachdem du den Kurs absolviert hast, besser als je zuvor diagnostizieren. Und darauf kommt es letztendlich an. Also es ist wirklich ein Kurs, der in die Materie geht. Und darüber hinaus haben wir hier auch noch einen Bonus, äh, Bereich. Der Name sagt es natürlich, es ist ein Bonusbereich. Das heißt also, grundsätzlich, äh, ähm, sollte man, ähm, nicht darauf hoffen, dass der immer weiterläuft. Momentan sind wir aber noch sehr aktiv. Also, äh, wir haben jetzt erst am 9. wieder eine neue Trade-Analyse rausgebracht. Und, äh, somit wächst der Kurs auch ständig. Da ist so viel Input drin, ja. Ähm, für Anfänger ein absolutes Must-Have. Das ist meine persönliche Meinung. Ihr findet nirgendwo so ein geballtes, so ein geballtes Fachwissen wie in diesem Kurs. Und, ähm, ihr werdet danach in der Lage sein, wirklich jedes Finanzprodukt, oder für jedes Finanzprodukt, einen guten Einstieg in den Trade zu finden. So, und das ist ja auch schon mal extrem viel wert, dass man sich hier nicht in eine feste Form pressen muss. Wir müssen unbedingt binäre Optionen traden. Nein, so ist es nämlich eben nicht. Und, äh, wie gesagt, vom Preis-Leistungs-Verhältnis unantastbar. Ihr werdet nichts Vergleichbares in dieser Qualität finden. Und deshalb, sichert euch den Kurs, liebe Leute. Ihr habt bis heute Abend um, ähm, 23.59 Uhr noch die Chance mit 15% Rabatt, äh, den Kurs zu bekommen. Wir können hier auch nochmal kurz auf die Seite gehen, ähm, auf die ihr letztendlich gelangt, wenn ihr der Videobeschreibung folgt. Wir sehen hier auch neue Resonanzen, die sind tatsächlich 5 Tage alt. Die habe ich erst neu eingebaut in die, äh, in die Webseite. Und, ähm, das Feedback auf den Kurs spricht auch einfach Bände. Ähm, davon ist im Übrigen nichts gefakt. Es ist, es sind zu 100% originale Rezensionen. Und, ansonsten könnt ihr euch ja auch mit diesen Leuten einfach mal austauschen. Ähm, und wenn ihr den Kurs, wie gesagt, haben wollt, dann klickt ihr einfach auf den Button. Und dann kommt ihr hier zu Digistore24. Und dann könnt ihr den Gutscheincode TradingProfi15 hier unten in dieses Feld eingeben. Und dann könnt ihr euch hier nochmal 15% Rabatt auf die 249 Euro holen. Und, wie gesagt, dieses Preis-Leistungs-Verhältnis ist unantastbar. Ihr bekommt, ähm, hier knallhartes Praxiswissen um die Ohren geschlagen. Und, ähm, von daher lasst euch die Aktionen nicht entgehen. Holt euch vor allen Dingen den Kurs, wenn ihr noch am Anfang steht. Ganz wichtig. Ähm, ihr seid danach wirklich auf dem Wissensstand wie wir. Und, dementsprechend, äh, ja, mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. Also, wer es verpasst, ist im Grunde genommen selber schuld. Denn, äh, ihr werdet nichts Vergleichbares finden. So, um es auf den Punkt zu bringen. Also, ähm, ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick hier in den Intensivlehrgang gefallen. Dann gebt dem Video doch bitte einen Daumen nach oben. Ich weiß, es ist sehr, sehr viel Werbung gewesen jetzt in diesem Video. Aber das gehört auch einfach mal dazu. Denn ich stehe zu 100% hinter diesem Produkt. Und, ähm, ja, dementsprechend wünsche ich euch ganz viel Spaß. Und vielleicht sehen wir uns ja dann direkt im Mitgliederbereich demnächst. Das würde mich schrecklich freuen. So, und nachdem ich euch jetzt die ganze Zeit voll gequatscht habe mit unserem Lehrgang, verzeiht es mir, werde ich natürlich die Gunst der Stunde nutzen, noch kurz ein Trade abzufeuern. Denn am Euro-Schweizer-Franken bietet sich doch gerade mal ein Einstieg an. Hier am 38-2-Retracement, Stochastik und RSI sind im schön unterkauften Bereich. Blue Power Signals zeigen im übergeordneten Timeframe nach oben. Wir haben also auf Tagesschart-Basis einen Aufwärtstrend. Und dem möchte ich gleich gerne folgen. Mit Abprallen an das 38-2-Retracement werde ich hier eine Long-Position eingehen, also 5 Minuten auf einen steigenden Kurs setzen. Und, äh, ja, ich warte jetzt eigentlich nur noch darauf, dass er hier ein bisschen weiter runterkommt. Und dann werde ich ihn hier gleich nehmen. Äh, und ihr seid live dabei! So ist das Ganze. Und dann werdet ihr auch sehen, wie das Ganze im Endeffekt ausgeht. Ich glaube, ich nehme ihn jetzt schon mit. Ah, der war nicht ganz optimal. Ah! Ah, egal. Vorführeffekt. Komm bitte nochmal runter. Kann gerne nochmal ein bisschen runterkommen. Im Idealfall hier unten habe ich auch diese rote Linie eingezeichnet. Ja. Dann nehme ich ihn einfach gleich nochmal mit. Und, zack, gehe ich nochmal rein. Ah, der war nicht drin. So, jetzt. Sehr schön. Zwei Positionen eröffnet, 200 Dollar im Markt. So, und jetzt ganz wichtig, das werdet ihr natürlich auch im Kurs lernen, wir brauchen natürlich ein funktionierendes Setup. Ganz, ganz wichtig. Und, ähm, da sehe ich hier direkt einen möglichen Re-Entry in der Nähe des 50er Retracements. Also sollte er bis hier nochmal runterkommen, werden wir hier quasi etwas mehr als das Doppelte setzen. In dem Fall, ja, roundabout, ich würde 500 Dollar machen in dem Fall. Und dann werde ich hier nochmal reingehen. Sollte dieser erste Level jetzt nicht direkt halten. Und, ja, das werden wir jetzt gleich natürlich sehen. Und dementsprechend werden wir dann auf die Marktbewegung reagieren. Ganz einfach. Sollte er hier wirklich runterkommen bis zum 50er Retracement, überhaupt gar kein Thema. Könnte aber genauso gut sein, weil wir hier wirklich eine schöne Aufwärtsbewegung haben. Und hier auch am äußeren Rand des Trendkanals ankommen vom Blue Power Template, dass der jetzt hier schon nach oben geht. Gut, es bleibt abzuwarten. Ich schalte ein, sobald das wieder spannend wird hier. So, ich schalte wieder ein, kurz vor Ablauf des Trades und der erste Level hat gehalten. Der müsste jederzeit auslaufen. Wir sehen es hier schön abgeprallt. In dem Moment sind die Positionen ausgelaufen. Die nächste 5 Minuten Kerze ist also in unsere Richtung marschiert. 38,2er Fibonacci Retracement hat hier gehalten. Und wir brauchten noch nicht mal unsere Nachsatzlevel. Das ist doch schön. Dementsprechend das Risiko hier sehr gering gewesen in diesem Trade. Ich freue mich. Und, wie gesagt, checkt die Videobeschreibung aus. Guckt in die Infobox. Nutzt den Gutscheincode aus, den wir bis heute Abend noch für euch bereitgestellt haben. Und sichert euch den Intensivleergang. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Gehabt euch wohl. Und wir sehen uns nächste Woche in aller Frische hier zur nächsten Handelssession. Macht's gut. Bis dahin. Euer Chris. Tschüss. Tschüss. She says don't let go Never give up It's such a wonderful life Don't let go Never give up It's such a wonderful life Don't let go Vielen Dank.